Hallo Zwilling, herzlich willkommen zu Alena Taro. Mein Name ist Alena. Zwilling, heute möchte ich gerne mit dir für deine Energien mal schauen, was ist im Thema Liebe und Gefühle am Start, okay? Denk dran, meine Leerungen sind für dich als bewusster Mensch, vielleicht für Bedeutung, aber auch für dein Unterbewusstsein. Zwilling, wir schauen mal, was ist die Message in der Liebe für Zwilling? Wow, einige Zwillinge, glaubt ihr an die Liebe, einige Zwillinge seid ihr voll im Flow, andere Zwillinge seid ihr in der Unsicherheit, gibt es wirklich die Liebe, ja? Andere von euch seid ihr sehr verwurzelt mit einem Schmerz, mit einer Erinnerung. Zwilling, egal was dein Thema ist, habe keine Angst zu lieben, habe keine Angst geliebt zu werden, ja? Hier haben wir einen Zwilling, der, schau mal, hier ist wie so ein Skorpion oder ein Skorpion, ja, der aus dem Wasser heraustreten will. Das heißt, wir haben einen Zwilling, der mit seinen eigenen Energien am Kämpfen ist, einen Zwilling, der Gefühle zeigen möchte, einen Zwilling, der auch Gefühle zulassen möchte, aber teilweise so enttäuscht ist von der Liebe, ja, von den Menschen, von sich selber und einfach manchmal gar nicht daran glaubt, dass es die Liebe wirklich gibt. Also, lasse es zu, Zwilling, dass die nächsten Tage dir aufzeigen können, es ist legitim, als Zwilling zu zweifeln. Es ist legitim, als Zwilling, okay, nach was mehr zu streben, wie das, was die Augen sehen. Es ist legitim für Zwilling, sich vorzubereiten auf eine neue Version von der Liebe, auf eine neue Version von dir selber, okay? Wir machen die Nacht zum Tage, wir machen den Tag zur Nacht, wir machen aus einem Zwilling, der ungläubig ist, einem Zwilling, der immer mal an der Liebe zweifelt, ein Zwilling, der immer mal wieder am Jürzen ist, am Nörgeln ist, ein Zwilling, der nicht weiß, Vergangenheit, nicht Vergangenheit, ein Zwilling, der eine ältere Generation ist. Mir ist latte egal, was für ein Zwilling du bist. Was für mich wichtig ist, ist einfach dir zu zeigen, dass die Liebe wirklich existiert und dass die Liebe auch dafür da ist, über sich hinaus zu wachsen. Dass die Liebe auch dafür da ist, ja zu zeigen, wie sehr man bereit ist, etwas zu bekommen. Wir gehen jetzt erstmal auf die ältere Generation, auf die Witwe, auf die Single ein. Danach machen wir Dreieckskisten, ja, Fernbeziehungen, Seelenkonnexion und die Partnerschaften. Ältere Generation, Singles und alle, die ihr nach der Liebe euch sehnt. Stierjungfrau Steinbock hat euch vielleicht in der Vergangenheit verletzt. Ihr habt auch vielleicht einen Menschen verloren, der von der Energie Stierjungfrau Steinbock gewesen sein kann. Ja, ist es nicht der Fall, heißt es, es kommt in der nächsten Zeit ein Mensch auf euch zu, der von dieser Erdenergie ist, ja. Ein Mensch, der bodenständig ist, ein Mensch, der wertvoll ist, ein Mensch, der kostbar ist, ein Mensch, der Sicherheiten mit sich bringt, ein Mensch, der Kohle hat, auf seine Art und Weise. Aber es bedarf nicht nur, dass ein Mensch kommt, Zwilling, sondern es bedarf, dass du im Vertrauen bist, im Gleichgewicht bist und diesen Menschen, egal ob Mann oder Frau, die gleiche Energie zurückgeben kannst, nach der er oder sie sich sehnt und nach der du dich sehnst. Es gibt keine Zufälle, gerade nicht in der Liebe, ja. Also für die ältere Generation, für die Alleinerziehenden, für die Witwer, für die, die eine Liebesgeschichte haben möchten, ob feste Partnerschaft oder Romanz oder nur sexuell, das ist mir Lattewurst. Es kommt jemand, der dir zeigen wird, wie schön es ist, in Harmonie zu sein, wie schön es ist, den Schmerz zurückzulassen, wie schön es ist, ehrlich zu sein, wie schön es ist, auch über Fremdgehen zu reden, ja. Wie schön es ist, auch zu sagen, hör mal zu, ich bin schon sehr oft enttäuscht worden und ich habe keine Lust mehr, sondern ich möchte einfach jemand, aus welchen Gründen auch immer, okay, der nicht nur zu mir passt, sondern der mir wirklich das geben kann, wonach ich mich sehne. Zwilling, auch wenn dieser Mensch, der auf dich zukommt, dir nicht unbedingt gefällt, optisch, es ist trotzdem eine gute, eine reine Seele, die dir etwas geben kann, wonach dein Unterbewusstsein sich sehnt, ja, eine Stabilität, eine Sicherheit, eine Verführung, einen sexuellen Kontakt. Was auch immer. Wir haben hier auf jeden Fall eine wunderschöne Verbundenheit für euch, die kommen kann, immer und dann, wenn ihr sie zulasst, wenn ihr flexibel genug seid, um diese Möglichkeiten auch zu nutzen. Keine Rivalitäten, sondern wirklich Ernsthaftigkeiten. Für die, die ihr schon mal betrogen worden seid, für die, die ihr in einer Dreieckskiste steckt, ja, für die, die ihr schon mal Menschen verloren habt, aufgrund einer anderen Person. Hier geht es darum, macht nicht den gleichen Fehler, andere zu verletzen oder euch selber zu verletzen und geht nicht nochmal auf einen Menschen ein oder zieht nicht jemanden an, der euch wirklich auch untreu ist und seid ihr auch nicht untreu, ja. Die Dreieckskisten werden erstmal so weitermachen, guck mal, wir haben den doppelten Mond, das heißt, verbinde dich mit deiner Intuition, schmeiße die Ängste über Bord. Zwilling, du manipulierst selber deine Gefühle, deine Gedanken und die Menschen. Du manipulierst dich so stark manchmal, dass du Konfusionen auslösen kannst in dir selber, weil du sagst, ich möchte jemanden auf einmal, wenn der Mensch da ist, willst du ihn doch nicht haben. Also hier ist wichtig, kontrolliere deine Emotionen, deine Gefühle, weil so wird auch jetzt die Liebessituation sich entwickeln können. Gerade die Dreieckskisten, vorsichtig, ja, wie ihr euch gebt, vorsichtig, wie ihr euch teilt, vorsichtig, nicht schwanger zu werden, vorsichtig, wie sehr ihr eine Verbindung falsch interpretiert oder euch in etwas hineinsteigert, was vielleicht Probleme bereiten könnte, okay. Für die Singles, wie gesagt, es kommt jemand, kleinen Schrittes, kurzen Schrittes, jemand, der schon in deiner Energie ist, aber aufgrund deiner Situation im Allgemeinen, ja, stößt du einen Menschen zurück oder du ziehst ihn an. Das heißt, deine Energien durch Erkrankungen, durch Erschöpfungen, durch finanzielle Probleme, durch familiäre Probleme, ja, bist du in einem ganz anderen Radius und kannst die Liebe nicht wirklich zulassen, obwohl sie vor deiner Nase ist. Vorsichtig damit, ja, also die Dreieckskisten, die Fernbeziehungen, die dürfen ein bisschen aufpassen, ja, weil es geht hier heute die Polter los. Seelenpartner, ihr habt eine sehr starke Verbindung, ihr spürt euch über Dimensionen hier weg, ihr spürt einfach die Verbundenheit, ihr spürt einfach, dass etwas Großes, etwas Neues in dieser Seelenkonnexion auf euch zukommt. Allgemein, die Menschen, die sich nach einer Seelenverbindung sehnen, werden spüren, wie eine Synchronität auf wunderbare Art und Weise am Start ist, die du manchmal nicht deuten kannst. Leider Gottes kann ich dir hier nicht sehr viele weitere, tiefgründigere Messages geben. Deswegen ist es umso wichtiger, schreib mich an für eine private Legung, eine zielorientierte Therapie, ja, sieben Termine habe ich noch frei für April, da gehen wir intensiv rein. Und Zwilling, du wirst echt Augen machen, wie wichtig es ist, wirklich mehr über deine Situation zu erfahren, weil du bist kurz davor, alles zu verlieren, für die nächsten drei Jahre in der Liebe gar nichts zu leben oder alles zu bekommen, okay? Partnerschaften stehen vor einem wunderschönen Neubeginn, Partnerschaften stehen vor einer Familiengründung, Partnerschaften erkennen auf einmal, dass du zwar als Zwilling manchmal eine Herausforderung sein kannst, sehr egelig sein kannst, sehr speziell sein kannst, aber trotzdem ist es so, wie als ob dein Partner, deine Partnerin gelernt hat oder auch in der nächsten Zeit ein bisschen über deine emotionale Konfusion hinweg schauen wird. Das heißt, wir haben hier in der Liebe viel Ballast, viele Unsicherheiten, viele Schmerzen, viele Zweifel, viele Gedankenkarusselle, aber gleichzeitig auch viele Befreiungen, Erlösungen, Geschehnisse, wo ich sage, es ist wundervoll zu sehen, dass die Liebe in Zwilling am Aufleben ist, obwohl Zwilling einfach nur ein bisschen Hilfe braucht, ja? Jemand kommt auf dich zu, egal wer du bist, egal wie alt du bist, ja? Egal, was dein Thema ist, jemand möchte dir seine, ihre Gefühle gestehen oder du wirst irgendjemandem die Gefühle gestehen. Lasst es fließen, verliebt euch immer wieder aufs Neue, ja? Macht euch nicht so viel Stress, die Belastung ist sehr groß, die Zweifel sind sehr groß, aber das Rat des Schicksals sagt, Honey, ja? Mach nicht so viel Drama, sondern gehe lieber in den Genuss. Zwilling, Dachja, möchtest du mehr wissen, schreib mich an oder hier in den Kommentaren kannst du auch gerne dein Statement hinterlassen. Ich antworte dir unheimlich gerne, ja? Buchstabe B, R, E, S, Q und I heute nur. Und das L. Heute gibt es sehr wenige Buchstaben, aber nichtsdestotrotz eine sehr intensive Legung, weil es geht heute darum, schmeiß die Angst über Bord und schmeiß dich ins Abenteuer Leben und Leben rein. Ich wünsche dir alles, liebe Zwilling, und wir hören uns. Bye!